Mein Ast! Schön freut mich! Hallo, willkommen schon da rein! Ich will nicht sagen. Ich muss ja ausgegraut. Ist weg! Ja, ja, sag ich ja, ist ausgegraut. Äh, West müssen wir... Straight West. Ist das deine Hunde, oder? Ich war kein Hund, das war ein Zombie, der gestorben ist. Der so ein Wurm schreit. Na ja, das ist die Schreien so komisch, wenn die sterben. Muss ich erstmal aufholen. War dann doch den falschen Weg gelaufen. Und meine Raben. Meine Hunde. Ich wollte nur sagen, kommt keiner hier hin. Hier sind wir. Dirk, hast du ein Hobby, von dem ich was wissen müsste? Ich frag nur mal. Mein... Ast? Das war mein Ast. Aber was ich interessant finde, wenn du die Bornheim nachlädst und die ist leer, hast du immer noch einen Platz frei. Ja, das ist bei der Bornheim so. War das dein Ast? War das dein Ast? War das dein Ast? Nein. Dann läuft hinter dir jetzt ein Zombie, aber... Ja, da sind auch Cranen, das darf doch nicht wahr sein. Ich hoffe, die gehen nicht hoch, ich muss hocken. Der Clue, der liegt genau dazwischen zwei Cranen. Ja, ist gut hier. Ich meine, ich hätte irgendwas gehört, aber... Hier sind 100. Das ist gut. Ich bin da bei den Cranen. Oh, scheiße, ich hab die Waffe leer. Ja. Ja, ist hier. Schön. Ist aber scheiße. Nicht? Ja, ich mag den auch nicht. Sollen wir weiterlaufen? Ich hab hier Schaufel genommen. Ja, was? Fürs Bänischen kriegen wir ja eh keine Punkte. Wir kriegen ja nur für die Clues Punkte. Aber wir können weiterlaufen. Ich nehm mal an, das Schweigen ist ein Ja. Ja. Ja, dann schmeißt die Schaufel wieder weg. Ja, schmeißt die Schaufel wieder weg. Kommst du? Okay, war eine Scheiße, die. Aber wir haben gefunden, oder? Ja, ja, wir haben immerhin gefunden, genau. Aber wir hätten was rausschießen können. Wo müssen wir denn hier lang? Schade. Ich dachte, ich hätte vielleicht mal die Zone nachfüllen können. Ne, leider ist nichts auf dem Weg bis jetzt. Ja, wir müssen noch nicht mehr aufgören. Ja! Eh! Ah! 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 Motherfucker! Rhein, oben auf dem Schild. Ist schon genommen. Ja, Resten müssen wir. Ja, Resten. Ja, Resten. so langsam mal mit munition wieder für die borne besorgen ja leider ist kein aufladepunkt da gerade wundert dass im moment keiner irgendein gegner macht nämlich auch gerade ein bisschen sollte mal trotz suchen tatsächlich früher da sein ich hab doch nachgeladen schließen ja klar du kannst wieder zeit schließen auch schon genommen der klub richtung luft osten müssen sie in aufladepunkt nein halt und weil wir sie jetzt wirklich einmal hier zickzack über die karte gerannt es hat noch keiner irgendein boss gemacht die sind alle clues ansammeln bin mir nicht sicher aber mein der klub hätte geschrien kurz ja ist das so also ist hier ja der gegner ist auch ja meine ich ja beides oben ja ich weiß nicht ob er den boss macht der läuft oberhalb hat auf jeden fall irgendwie ein menschen verletzt wer ein jäger einen anderen jäger da hinten brennt es ne ok ich versuche gerade einen weg da rum zu finden ja klingt als ob es über mir laufen würde da wurde gerade eine gelöscht wenn ich es richtig gehört habe wenn gleich bei der hier ist zum freischalten was hier ist ein Fetty der hat natürlich uns inzwischen bemerkt sonst wird er sich mehr bewegen ich denke dass er da ist in dem Gebäude hier 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 okay okay husten läuft über Metall und jetzt könnte er hochkommen ja ich glaube auch rechts von mir ja bei dir ist das andere rechts das ist bei dir links halb läuft unter mir da meine ich hätte ich gesehen einen ja da sind sie unter dir genau da war genau hinter dir hinter mir ja jetzt hinter dir geschlichen da liegt er guckte meine richtung deine richtung wieder meine richtung als er realisierte dass er gerade genau in eine scheiß situation reingelaufen ist hast du angezündet? jo wo kam das? geradeaus wir ja 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 Wir sind nicht an der Treppe, ne? Es ist ausgebrannt. Okay. Die haben in östlicher Richtung, glaube ich, gehört hier draußen. Bei dir auf der Seite was? Mhm. Ja, er ist hier. Definitiv. Ich vermute hinter dem Zaun. Also hier in 90 ist er ungefähr. Ja. Hier ist aber noch irgendwo einer. Bei mir? Hinter dir muss ich jetzt sein. Er ist hinterm Zaun, ne? Ja, habe ich gesehen. Tja. Ist er in einen rein? Ne, ne. Das war der, der den ich gehört hat. Der hat den jetzt erschossen. Oh, hier sind noch mehr Leute. Hier wirft ihr mir auch einer von rechts Granaten. Da oben habe ich ihn gesehen. Ist jetzt mehr in deine Richtung wieder. Irgendwo du gerade bist. Ah, da bist du. Wer ist da? Nee, nee, in die andere Richtung ist er Dirk. Oder? Ja, ich habe doch hingepingt. Da. Läuft auf dich zu? Ja, schön, ne? Er ist jetzt da oben wieder auf dem Hügel. Jetzt pingt meine Maus nicht. Warum immer? Problem ist, hier ist auch irgendeiner auf der rechten Seite. Und ich kann mich hier überhaupt nicht bewegen. Also ich denke, der ist irgendwo da oben. Aber ich sehe ihn nicht. Der nützt die Deckung der Bäume aus. Rechts von mir läuft auch einer. 135 Richtung nach vorne in der Hütte ist er. Läuft jetzt links rüber. Vor mir einer. Wart mich. Muss weglaufen. Ich ziehe ihn zu dir. Hoffe ich. Leider folgte dir nicht, er hat sich wieder verdrückt. Sehe ich auch nicht mal. Ich bin hier oben. Wir haben quasi genau die Positionen getauscht. Der kommt wieder. In welche Richtung? 75. Hier ist ein Lasser weggelaufen. Hier ist er weg. Wo hörst du was? Na, ich gehe jetzt. Das Loch im Zaun. Ich höre was, ja. Aber auf der anderen Seite. der hat hier auch einen Jäger angezündet. Kommt ein Stoß wieder zu dir. Da ist einer drin und macht mit dem Bogen. Da drin. Okay. Das ist aber nicht rein. Dann sollten wir jetzt rein. Ja, das Problem ist, der eine ist aber noch da, ne? Der ist aber weit entfernt. Das ist 100% der Kollege von dem, dem wir ausgebrannt haben. Wie möglich ist einer. Ne, das ist auch nicht das. Verstehst du, wenn er den Bounty hat, da wird er den versuchen hochzuheben. Wenn er Bounty hat, kann er das ja. Weil der oben auf dem Hügel war, war sein Kollege. Nein, brauche ich nicht. Hast du denn was? Ich würde sagen, wir versuchen sowas über den Keller. Wie gesagt, der hat einen Bogen, ne? Naja. Ich hab immer das gehört. Ja, ich hatte so das Gefühl, macht der gerade den Boss. Naja, wir hatten andere Probleme gerade, glaube ich. damit geht's gut. Also nichts, contempla. Hier unten ist schon nie hoch gelangen. Managing ist fast in Endphase, dann wird das laut und dann gehe ich hoch. Ja, ist direkt hier vorne. Ich habe die Blitze gesehen. Läuft. Kommt jetzt bei dir vorbei. Ich dachte, du hättest den. Nee, ich hatte den nicht. Ich habe noch nicht mal geschossen. Ich habe die Trophäe. Ich dachte, du hättest den. Dann laufe ich da rein und hole die Trophäe. War doch gut. Damit hast du ihn abgelenkt. So, ich sehe keinen. So, ich würde sagen, wir laufen nach Osten. Nach Südosten. Nein, ich will die Waffe nicht wechseln. Ah, wurde schon mal zugegnet. Okay. Weil ich denke, dass unsere Gegner in die andere Richtung verschwunden sind und wahrscheinlich da auf uns warten. Und nicht den langen Weg denken. Ja, aber sie konnten ja nicht an uns vorbei, ne? Deswegen denke ich das. Nein, klar kann man sich irren, aber 50-50, was soll ich sagen, ne? Na, guck mal. Ja, zu gucken. Ja, ich habe nichts gesehen. Esstwäsche halten. Ah, super. Emo. Hat uns gesehen. Guck ich nochmal um, wenn ich kämpfe. Nix. Okay. Vielleicht sitzt du wieder an Emo. Oh. Eks. Bist. ok nix das war eine geile runde jetzt gerne eingekriegt oder gerade moment den kopf weggetan als ich da ja ich glaube der schiss gekriegt hat sich lieber verpist und der andere hand hat gedacht so ich muss jetzt gucken wenn ich ein baumt wohl vielleicht kann ich meinen eigenen anderen heben gut ich meine wäre uns jetzt entkommen während die fallen reingelaufen vor lauter hektik und dann hätten die immer wichtig dort wäre so oder so gewesen aber ein schluss ist mir immer noch lieber aber du hast ein gewehr mit dem gewehr getroffen ja ja ich hatte mich eben vergessen noch punkt verteilen wir hatten ja was rausgeholt oh was haben wir verdient 600 muss man auch nicht verstehen wollen wir jetzt so viel weniger kriegen also von dem duo habe ich also team 2 habe ich den ersten gekillt und team 3 habe ich den zweiten gekillt ja und das war es zwei kills nur da fühlte sich noch mehr an ehrlich gesagt genau ich konnte noch punkte verteilen ein paar und haben wir jetzt zehn von 18 hinweisen 5 gepanzerte und beziehungsweise höllenhunde von 50 43 monster mit feuerschaden von 50 und 333 punkte gewehrschaden haben du bist nicht mehr in meinem spiel weiß nicht warum aber ist so ich lade dich ein und ich danke euch da draußen fürs zusehen tschüss ja dann heißt wir brauchen ja nur noch feuer und dann können wir ja andere waffeln nehmen ja ja so zum päin på und 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 und